Es geht gleich los, Onkel. Ein richtiges Theater. Eine neue Form, ein neues Kapitel Theatergeschichte. 73! Warum liebt er diese Kritiken denn auch immer wieder? Ich würde... In Wahrheit liebt sie dich doch. Liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich, liebt mich nicht. Liebt mich also nicht, na bitte, warum auch? Eine Mörberpflicht! Warum eigentlich immer in Schwarz, Masha? Macht sie doch, was sie wollen. Ich jedenfalls kündige ihnen hiermit. Mit allem Drum und Dran. Ich glaube, ich weiß oft selbst nicht, was ich da hinschreibe. Ach, doch immer das gleiche Geleier. Ach, das ist alles überhaupt nichts. Orkane von Begeisterung. Alt, neu! Ist noch Platz für alle! Theater gehört nun mal zum Leben. Ja, ein neues vielleicht. Masha! Warum scheint er denn alles so nervös? Was ist denn los? Als ob der See alles verzaubert. Oder er selbst verzaubert. Aber was kann ich denn da machen? Ich sitze bloß da wie ein Zuschauer und staune. Und ein Zuschauer kann nichts machen. Gar nichts! Was ist das, was ich da? Ich bin da. Vielen Dank.